Einmal in einem Theater hat einer erzählt, dass er umgekommen in die Schule, der frisch ist der Jemenite, mit Menschen, wo es ihm lang, lang gelebt hat. Er hat erzählt, dass er umgeklingelt hat eine Schuenskomponier, er sagt, er will eine Schuens. Er sagt, er geht, geht, geht. Wie alt bist du? Er sagt, er bin 100 Jahre alt. 100 Jahre alt? Wer verkauft eine Schuens? Er sagt, nein, 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 nein. Er darf nicht verkaufen, weil er komponiert verkauft zu meinen Futter an Schuens. Wie alt ist er, Futter? Er sagt, er ist 120 Jahre alt. Er sagt, er ist 20 Jahre alt. Er sagt, er kommt Dienstag bei Nacht mit der Seine. Er sagt, er dienstige Nacht, kann noch nicht gehen. Verwusst nicht. Er sagt, er braucht eine Sede. Er geht Gassen um. Eine Sede geht Gassen um. Wie alt ist er? Er ist 148. Er ist 148 und er will Gassen, will seine Eltern steppen. Ich kann noch von der 52 Jahren, das ist vor dem anderen einander. Ja.